Es sieht nicht unbedingt so aus, aber hier wohnen Menschen. Seit Anfang des Jahres lebt Gabriele Federl praktisch mitten auf einer Riesenbaustelle. Die einstige Wohnungsbaugesellschaft GBW, die mittlerweile Davonia heißt, renoviert den ganzen Block. Und nach der Renovierung wird sich die Miete von Gabriele Federl mehr als verdoppeln. Also es war wirklich einfach der blanke Horror. Das war fürchterlich, ich verliere mein Zuhause. Das war schrecklich. Das Volksbegehren Mietenstopp soll Betroffenen wie ihr künftig helfen. Die Initiatoren haben zwei Juraprofessoren mit der Formulierung des Gesetzesentwurfs beauftragt. Er fordert für die nächsten sechs Jahre eine Deckelung der Mieten. Es gilt darum, dass in Gebieten mit gefährdeter Wohnraumversorgung in Bayern, das sind 162 Gemeinden, die Mieten eingefroren werden, in einer Höhe von 20 Prozent unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete. Es soll praktisch keine Erhöhungen mehr geben. Wer gegen die Verordnung verstößt, dem soll laut Gesetzesentwurf ein empfindliches Bußgeld drohen. Bis zu 500.000 Euro. Für Gabriele Federl kommt die Initiative zumindest für ihre aktuelle Wohnung wahrscheinlich zu spät. Sie unterstützt das Volksbegehren trotzdem. Aus Prinzip. Das Volksbegehren ist für mich eine Möglichkeit, um endlich mal Dinge zu bewegen und Dinge zu verändern. Und zwar zum Besseren. Wenn man zur Wahl geht, kann man immer eine Partei wählen und dann wird irgendetwas wieder entschießen. Aber jetzt ist es wirklich gelebte Demokratie und etwas, wo wir Einfluss drauf nehmen können. 25.000 Unterschriften sind für die Zulassung notwendig. Nach der Wiesn wollen die Initiatoren mit der Sammlung starten. Gabriele Federl will sich mit ihrem Namen auf jeden Fall auch auf einer der Listen eintragen.